Und damit wieder ein recht herzlichstes Willkommen hier zurück zu Elden Ring. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. So, meine Freunde, wir sind im letzten Part stehen geblieben, als wir hier hinten die Region ein bisschen erkundet haben. Und gehen jetzt weiter in Richtung Küstenhöhle. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Da ist auf jeden Fall noch ein Dungeon, den ich mir markiert hatte. Aber vorher müssen wir hier wieder an den Oktopussen, Tussen, Pentakel, Gedöns, Plumpen, whatever vorbei. Da liegt noch was. Was haben wir hier? Was ist das zu blündern? Okay, ich kann ja mal kurz hier meinen Trank benutzen. Aber ich kann trotzdem keine Viecher rufen. Warum denn nicht? Warum kann ich keine Viecher rufen? Was ging noch hier? Hä? Warte mal, ausrüsten. Ne. Ausrüstung? Ja, eigentlich müssten wir die benutzen können. Ne. Oh, jetzt hat sie alles weggemacht. Warum kann ich die jetzt nicht benutzen? Das ging auf jeden Fall von hier oben. Gucken, ob wir da nochmal kurz hochkommen, damit wir nochmal welche rufen können. Stehe ich ja nicht. Hier jetzt? Ne, geht nicht. Stehe ich nicht. Okay. Vergreibe ich ihn noch nicht so ganz, aber wird schon irgendwo seinen Sinn haben. Gut, dann machen wir den so fertig. Nehmen wir erstmal ein Feuerball draufschmeißen. Okay, vielleicht ist er empfindlich gegen Feuer. Ah, nicht so wirklich, ne? Aua. Okay, die Attacke ist ein bisschen krass. Oh nein, nicht hier hin. Ja, Mist. Was? Was? Was zum? Oh, nö. Hm. Gut. Äh, ja, jetzt kommen wir über den Katakomben aus. Toll. Nein. Warte, ich hab das hier. Ich reite mal da kurz wieder hin. Ja. Ah, jetzt ist der Troll auch wieder da, ne? Ah, ich reite jetzt einfach an den vorbei. Jo. Ja, hier geht's auch noch hoch. Oh, was bist du denn? Oh, nix an dir machen? Oh, nix an dir machen? Wirst du irgendwas geopfert haben, oder? Oh, keine Ahnung. Oh, ne? Oh, ne? Oh, ne? fahr für mich denn das gefällt mir schon mal du auch oder ja sehr schön danke das war knapp dann springen wir erst mal darauf weil da war man nämlich noch nicht ein bisschen schaden gemacht eine sieg suche ich suche jetzt kein sieg so dann gehen wir wieder hier hin ach jetzt kann ich so wieder rufen interessant so dann rufen wir sie einfach mal was sehen wir denn diesmal asche der wanderadeligen kommen die nehmen wir mal ok dann kümmern wir uns erstmal um unsere runen und dann machen wir das vier hier oh hab ich ihm direkt abgeschlagen ok oh alter ja geh doch weg meine güte kann man da kann ich eigentlich absteigen und mit draufhauen ne komm du bist doch fast weg nice also mit dem wanderanringen ist ja mega einfach ach das sind die Typen die wir da oben gesehen haben ne oder besiegt haben ok den besiege ich da jetzt nicht dann müssen wir hinzulaufen dann kommt meine Freunde geht weiter oh da liegt noch was oh da liegt noch ganz viel ah das hier habe ich jetzt auch rausgefunden ne das ist so ein Schädel wo man nichts machen konnte und wenn wir jetzt den kaputt schlagen oh jetzt nur noch erwischen dann ist da einfach eine goldene Rune drin nicht gut so jetzt haben wir hier noch eine Schildkröte mit einer Nachricht ist das ein Hund nein das ist kein Hund das ist eine Schildkröte Schildkrötenhalsfleisch okay nehm ich mit oh nein meine Wandleradligen verschwinden nein sie sind weg kann ich das nur einmal nutzen oder was verstehe ich nicht mit dem Ufen naja die müssten wir auch so schaffen hier komm komm dann komm ich halt ihr wart keine Gegner für mich hier sind wir ja schon bei der Höhle das ist die ne ja das ist die okay na dann gehen wir da rein und schauen uns die Höhle noch an ein bisschen dunkel hier Küstenhöhle erstmal gibt es wieder was zum rasten können wir vielleicht schon wieder ein Level machen ne leider noch nicht ok aha ne ich kann das nicht doch jetzt sein Freund Freund sooo gut na dann gucken wir mal was wir hier in der Höhle haben ich hoffe ich brauche jetzt nicht die ganze Zeit die Facke und das wird ein bisschen heller hier drin aber wahrscheinlich nicht weil es immer tiefer geht hallo oh ja oh ok hau mit der Facke zu funktioniert aber auch dann hauen wir halt mit der Facke zu sehe ich wenigstens was und ihr auch sooo haben wir hier noch was ne ok Höhenmoos easy falchion oh das gab es auch schon in Dark Souls relativ gute Waffe eigentlich so mit Range halt naja naja stoppt das Land Oktopus ja das haben wir auch schon mehrfach gekriegt ok ah wo geht es dahin ok das hier machen oh 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 du bist Mama hallo Mama Mama kann auch nichts dann haben wir hier noch Maus und Schrottschild wow wow ein Schild aus Schrott ok wo geht es jetzt hier dann goldenes Rufzeichen hä warum kannst da jemand rufen ah dann ist das bestimmt ein Boss pass auf dann machen wir mal was wir schon lange nicht mehr gemacht haben eine Nachricht schreiben vorsicht vor vorsicht vor gegner boss starker fein voraus ja gut ähm nehmen wir mal wieder an unser Uchi Katana oh jetzt können wir wieder was rufen dann mach ich das auch direkt mal ähm oh die haben mir hier gute Dienste geleistet machen wir nochmal äh noch kein Boss so ein paar kleine oh w-was zwei Bosse ach du scheiße ok die halten aber nicht so viel aus ok 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 oh da ist der zweite ALL Ai 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 ok alle die ganzen kleinen Ads die zwei Bosse was ist denn hier los Oh alter das war unfair richtig unfair hat er jetzt verdunkel drin und sind hier gar nicht ja schreit da nicht immer so viel rum, es gibt Leute die schlafen noch unter anderem Zuschauer so dann springen wir mal da runter da ist wieder Mama bei mir ist auch noch was das muss nehmen wir wieder mit ok dann versuchen wir es noch mal ne machen wir es mal jetzt mit dem Wölfen komm wo seid ihr natürlich gibst du ein kleiner Piss bei mir direkt aufs Maul ey was ist das denn komm Alter überhaupt nicht blinkt der Kollege hier was ist denn der zweite eigentlich hier ok den ersten haben wir gut 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 wo ist der zweite und da alter komm ja blübungschaden sehr schön ah dich haben wir auch sehr schön schneiderwerkzeug ok schneiderei werkzeug interessant Nähnadel ok jetzt können wir unsere eigene Rüstung machen oder was cool ok krass 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 wir waren das Glühwürmchen ok second try nicht verkehrt aber ohne die Wölfe glaube ich jetzt gar nicht geschafft ich glaube er wird das Nachricht ok 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 hier gehts jetzt noch weiter die Wölfchen sind auch wieder weg wir hatten mal die Mana tanken zurückkehren zurückkehren zum Eingang ne 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 ich will noch nicht zum Eingang ich will noch nicht zum Eingang ich will noch nicht zum Eingang ich will noch gucken was hier noch kommt wo ist wo kommen wir jetzt hier hin wo kommen wir jetzt hier hin oh hallo ich will in der Schmetterling ok ok ich will noch ein paar mehr von denen hey übertreibs nicht ja huh ein Glühstein ok weiter gehts oh ok wir kommen jetzt raus ach jetzt sind wir auf der Insel ok cool äh hab ich mir meine Runen gar nicht wieder geholt ich glaube ich hab meine Runen nicht wieder geholt ok ok gibt es hier wenigstens noch irgendwo ein ähm eine Gnade ich hab's ich hab's da sehen wir uns wieder Krebse Krabbeneier oh wir sind jetzt auf der anderen Seite aber gefühlt ist hier Ende ach ne ach ne quatsch was jetzt sehe ich denn da sind wir rein und sind hier raus das heißt hier können wir jetzt erkunden ok ok dann steht das für den nächsten Part an würde ich sagen ich hol mir jetzt gleich noch meine Runen zurück und dann sehen wir uns in dem nächsten Part hier wieder würde ich sagen ne machen wir so bevor du mich jetzt angreifst hier und dich abmoderiere danke gut meine lieben Freunde dann wieder mal ein recht herzlichstes danke fürs Zuschauen wir sehen uns im nächsten Part wieder wenn es dann heißt Endring vielen Dank haut rein vielen Dank